Liebe Fans der Sammlerkunst, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen BUMO-TV-Spezial. Ja, warum besonders? Erstens, ich habe jetzt die Saison eingeleitet und, na schaut euch um, wo bin ich? Ja, auf unserem bekannten Figurenbalkon. Ja, ich habe gedacht, es scheint ein wenig die Sonne, ist zwar noch ein wenig frisch, egal. Ich ziehe mir halt ein Jäckchen drüber und ein Pullover, dann kann ich trotzdem hier drehen. Ja, und genieße gerade mal den Frühling, weil der Frühling, man riecht schon in der Nase. Der Frühling ist wirklich voll im Gange. Das ist erstmal das Besondere hier an meinem BUMO-TV-Spezial. Und als zweitens möchte ich eine kleine Internet-Challenge hier beginnen. Diese Idee gibt es schon, ja, die wurde auch schon vor einigen Jahren wirklich sehr rege praktiziert. Dann ist sie irgendwie in Vergessenheit geraten und ich möchte sie wieder mit diesem Video, ja, reaktivieren. Es geht nämlich darum, um Kanalempfehlungen. Ja, was heißt Kanalempfehlungen? Vor einigen Jahren war es ja so gang und gäbe, dass sich die Kanäle untereinander empfohlen haben, ja. Sie haben den einen oder anderen Kanal vorgestellt, haben darum gebeten, auf diesen Kanal zu gehen und gegebenenfalls da ein Abo zu hinterlassen. Ja, und das möchte ich wieder reaktivieren. Und zwar auch mit Nominierungen. Es soll so ablaufen. Ich starte dieses Video, ja, als Initiator von dieser ganzen Sache, starte ich mit diesem Video, ja, die Kanalempfehlungen 2023. Am Schluss, nachdem ich diesen Kanal empfohlen habe, mit wärmsten Herzen, ja, obwohl es ein bisschen kühler ist, aber mit wärmsten Herzen empfohlen habe, ja, nominiere ich zwei Leute und die machen natürlich im besten Fall von ihren Kanälen, die sie gut finden, Werbung. So, und die nominieren weitere zwei Kanäle. Und so geht es weiter, 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 weiter. Also, es ist natürlich toll, wenn YouTuber mitmachen würden und Kanäle empfehlen würden, wie ich das heute machen werde. Hier fährt gerade mal ein Zug vorbei, ja. Man denkt ja auch manchmal hier, wenn ich das so höre, fährt ein Zug nach nirgendwo. Nein, aber der fährt hier zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Also, weiß ich schon, wo es hingeht. Wie gesagt, das Besondere an dieser Hashtag-Kanal-Empfehlung ist es, dass man einen Kanal empfehlen soll, den man sehr gerne schaut, wovon man überzeugt ist und der weniger als 1000 Abonnenten hat. Ganz wichtig, die Kanäle, die ihr denn anschließend empfehlt, ja, bitte nur maximal ein Kanal empfehlen in eurem Video, der sollte unter 1000 Abonnenten haben. Weil ich möchte mit diesen Videos, die natürlich hoffe ich auch rege zustande kommen, weil ich habe ja so viele YouTuber in meiner Freundschaftsliste und die haben auch wieder YouTuber in ihrer Freundschaftsliste. Ja, es können natürlich auch so Leute mitmachen, die keinen YouTube-Kanal haben, aber dann ist es natürlich auch schwierig, dieses hochzuladen. Aber es gibt auch viele, die haben einen YouTube-Kanal, aber die laden keine Videos hoch. Aber die könnten dann ein Handy-Video machen und vielleicht mal kurz sagen, warum sie diesen YouTube-Kanal schauen, den sie da gerade empfehlen. Also das Prinzip ist, wie gesagt, ganz wichtig ist es immer in euren Videos ein Hashtag zu setzen und dann mit Kanal-Empfehlung. Ich möchte heute einen Kanal empfehlen. Diese Person war auch schon ab und zu mal auf meinem Kanal als Gast, entweder in einem Livestream oder er hatte einen Beitrag zugesteuert zu einem Thema, wie zum Beispiel 40 Jahre Masters of the Universe oder er hatte auch mal seine liebste Masters-Erinnerung, hatte er uns mitgeteilt. Es geht um den YouTube-Kanal Comics Kult Cinema. Ja, diesen Kanal möchte ich euch wärmstens empfehlen. Und warum, sage ich euch jetzt in den nächsten Minuten. Ja, als Marco den Kanal Comics Kult Cinema am 25. Januar 2018, also vor über fünf Jahren gestartet hatte, gab es Comics Kult Cinema schon im Internet. Er hatte da jahrelang eine Facebook-Seite mit dem gleichen Titel und dann dachte er sich, hey, ich schlade jetzt mal ein Video hoch und gebe mal Lesetipps für Einsteiger. Moin Moin und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Comics Kult Cinema. Mein Name ist Marco und heute wollte ich euch den einen oder anderen Tipp geben für Comic-Neuleser. Wenn man sich so die Internetforen durchweg anguckt und durchliest, ist es für Neuleser sehr schwer, irgendwo diesen Anfang zu kriegen. Womit sollte ich anfangen? Was sollte ich überhaupt lesen? Etc. Ja, eine sehr gute Idee. Wirkte ein wenig stülperhaft am Anfang, aber so haben wir ja alle angefangen. Und wenn ich meine Videos anschaue, die waren am Anfang auch grottenschlecht. Aber dieses fand ich sogar richtig gut. Man konnte wirklich als Neu-Comic-Einsteiger bei Marco wirklich einige Sachen in seinem zweiteiligen Video abschauen. Und als Neu-Comic-Sammler war man richtig gut informiert. Und der Marco hatte sich in den letzten fast fünfeinhalb Jahre wirklich mit jedem Video gesteigert. Und bei Comics Kult Cinema muss man sagen, da wird wirklich das Nerd-Herz in jeder Richtung bedient. Also, er macht Reviews gerne von DC und Marvel. Ja, also wir Leute, wer auf Superhelden steht, ja, die man auch von früher her kannte, ja, ist bei seinem Kanal so richtig gut aufgehoben. Denn seine Informationen dazu sind natürlich hervorragend. Jedes Video ist wirklich mit Fachwissen überseht. Ja, es macht wirklich Spaß, ihm zuzuhören, weil der Mann hat wirklich Ahnung von Marvel und DC. Aber er geht natürlich auch weiter. Er hat zum Beispiel auch Videos hochgeladen zu verschiedenen Playmobil-Play-Sets, wie zum Beispiel den Nightrider, der bei mir aber zum Beispiel noch immer noch in der Verpackung seit Weihnachten hängt, hat Marco schon längst ausgepackt und freute sich über 5000 Klicks für sein Video, wo er wirklich unsere Kindheitserinnerung aus den 80er Jahren ausgepackt hat. Das ist auch eine Stärke, seine Unboxings. Er macht auch Unboxings, nicht nur zu Marvel und DC. Nein, er hat auch Unboxings von den Masters of the Universe auf dem Kanal. Gerade für meine Zuschauer sehr interessant, ja. Die kommen jetzt zwar ein wenig seltener vor, was ich natürlich sehr, sehr, sehr schade finde, Marco. Man sollte vielleicht wieder öfter mal bei dir auf dem Kanal Masters Sachen finden. Aber in seiner Rubrik Meine Einkaufstüte finden sich regelmäßig Sachen von den Masters, ja. Entweder die Spielzeugfiguren oder auch Comics, die du dich aus den USA extra hierhin importieren lassen hast. Oder zumindest von deinem von deinem persönlichen Comic-Dealer. Ja. Also ein Kanal, wo ich sage, der ist wirklich sympathisch. Und den mag ich sehr, sehr gerne. Ich schaue die mir wirklich, wirklich sehr gerne an. Und auf diesen Kanal bin ich gestoßen. Das ist ein anderer Comic-YouTuber, ist dafür verantwortlich. Craytons Comic-Blog. Seit 2009, so heißt der. Auf alle Fälle ist das Crayton gemeint. Auch da liebe Grüße zu dir hin, lieber Crayton. Crayton hat mal in seiner Rubrik, auf seinem Kanal, Marco vor vielen Jahren mal vorgestellt. Und so bin ich auf Comics-Kult-Cinema draufgestoßen. Und ich muss sagen, ich habe mir ein Video angeschaut und muss sagen, ich war sofort hin und weg, weil mich diese Themen wirklich interessiert haben. Auch wie der Mann dieses auch interessant rüberbringt. Ich finde das null langweilig und ich fühle mich danach immer wärmstens informiert. Und ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr schade, dass dieser Comic-YouTuber so wenige Abonnenten hat. Ja, ich habe mit dem Tag der Aufzeichnung gerade, glaube ich, 419 oder 420 Abonnenten gezählt. Was natürlich sehr, sehr wenig ist für so eine Arbeit, die der Mann sich leistet. Und vor allen Dingen mit so einer liebevollen Hingabe und auch mit Fachwissen. Das muss man natürlich unterstützen. Und ich finde ganz wichtig, man sollte wirklich auf seinen Kanal gehen, sich das ein oder andere Video anschauen. Und ich empfehle euch auf alle Fälle, einen Daumen hoch zu lassen. Und seit neuestem findet man auch seinen Sohn vor der Kamera wieder, Marvin. Marvin war damals auch mal ganz kurz in dem Livestream von seinem Vater, also Marco, ja, und mir bei diesem Rückblick, glaube ich, war die Masters 2021. Das war ein Livestream, da haben wir das ganze Jahr der Masters mal zurückgeblickt. Und da tauchte Marvin auch mal ganz kurz im Livestream auf. Und Marvin hat jetzt auch die eine oder andere Rubrik bei Marco. Und das soll natürlich weiter gefördert werden durch ihn oder natürlich auch ausgebaut. Und weitere Themen sind natürlich neben Actionfiguren oder auch Reviews natürlich auch der Kinofilm. Ja, Marco macht regelmäßig mal kleine Reviews zu den gesehenen aktuellen Kinofilmen. Ja, das ist auch immer so ein Hochgenuss. Er ist auch ein großer Superman- und Batman-Fan. Apropos Superman fällt mir gerade ein. Ich habe ein Video jetzt vor kurzem gesehen, denn Batman feierte am 18. April, feierte, habe ich Batman gesagt? Superman natürlich, nicht Batman. Superman feierte am 18. April seinen 85. Geburtstag. Machen Sie sich das vor, 85. Geburtstag. Und Marco hat wieder ein wunderbares Special dazu produziert, weil auch Superman gilt zu seinen wirklich großen Favoriten. So bekomme ich es meistens in seinen Videos mit. Und auch da wird jeder DC-Fan, wird der hellhörig und wird da wirklich in Nostalgie verfallen, wenn er das erste Comic von Superman in Deutschland hochhält. Ja, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Also da lag ich davor, ja, habe mir das Video angeschaut und fühlte mich dann wieder zurückversetzt in meiner Kindheit, wo ich damals Superman-Hefte gelesen habe. Also, wie man so sieht, das wird auf alle Fälle bedient, ja, aber auch gibt es auch Let's Plays, ja. Er setzt sich vor seine Spielekonsole und zockt ein wenig, äh, Spiele. Ja, das muss man natürlich mögen. Ich bin jetzt nicht so der Fan davon, aber es gibt viele, die das mögen. Und ich finde wirklich mit meiner Aktion Hashtag-Kanal-Empfehlung sollt ihr Marco eine Chance geben, ja. Also, wie gesagt, ich werde auch unten in die Infobox, werde ich seinen Kanal verlinken. Ihr könnt natürlich sehr gerne seinen Kanal abonnieren. Da würde er, glaube ich, auch nicht Nein sagen. Das Ganze ist natürlich auch, wie mein Kanal, kostenlos. Und, liebe YouTuber draußen oder vielleicht auch Leute, die überhaupt Lust haben, ein Video zu machen, vielleicht ist das auch das erste Video für euch bei YouTube, dann macht einfach mal eine Hashtag-Kanal-Empfehlung für euren Lieblingskanal. Ja, wie gesagt, wie ich eben schon erzählte, ja, erzählt, warum ihr euren Lieblings-YouTube-Kanal, den ihr regelmäßig schaut, warum er noch mehr Abos verdient hat. Wie gesagt, bitte, unter 1.000 Abos, das sollte die Voraussetzung sein. Und für Marco nochmal zurückzukommen, ist es, dass Comics, Kult, Cinema wirklich viele Genres bedient. Also jedes Nerd-Herz wird wirklich aufgehen, wenn man sich seinen Kanal anschaut. Also da muss ich nochmal sagen, Chapeau, Marco, in fünfeinhalb Jahre, das hält auch nicht jeder YouTuber aus. Ja, es gibt ja viele YouTuber, die streichen schon vorher die Segeln, wenn sie nicht die nötigen Klick- und Abonnentenzahlen erreicht haben. Dann sagen viele, nö, hab ich keine Lust mehr, hör ich auf. Aber nein, das zeichnet dich aus, zusammen mit deinem Sohn Marvin, der auch hinter der Kamera sehr viel tätig ist. Ich vermute mal, der unterstützt sich natürlich beim Schnitt, vielleicht auch bei der Redaktion. Dass ihr so lange durchhaltet, finde ich, das ist auf alle Fälle ein Mega-Respekt wert. Und ich finde, ihr habt auf alle Fälle eine Daseinsberechtigung bei YouTube. Ja, ohne euren Kanal wäre es ziemlich triste. Es gibt wirklich viele YouTube-Kanäle, die machen es nicht so mit Herzblut, obwohl sie bei weitem, bei weitem über 1000 Abos haben. Also da muss ich sagen, ich kann euren Kanal wärmstens empfehlen. So, das war meine Kanal-Empfehlung und ich hoffe mal, es machen sehr viele YouTuber mit, aber auch Leute, die Bock haben, ein Video zu machen und vielleicht auch Lust haben, ihren Lieblingskanal weiter zu empfehlen. Ganz wichtig nochmal zusammengefasst, auch rechtliches. Bitte, falls ihr Ausschnitte nehmen möchtet von eurem Lieblings- YouTube-Video-Kanal, bitte fragt die Urheber danach, also die Leute, die die Videos hochgeladen haben, ob ihr dieses auch machen dürft, Ausschnitte. Ihr müsst nicht, so wie ich, unbedingt Ausschnitte in eurem Video reinnehmen. Ihr könnt euch einfach auch vor die Kamera parken, ja, und einfach drauf losbabbeln, warum ihr diesen Kanal gut findet. Wichtig, wie gesagt, unter 1000 Abonnenten, weil wir möchten ja die Neu-YouTuber oder die YouTuber, die schon länger dabei sind, die aber nicht mehr als 1000 Abonnenten haben, möchten wir ja fördern. Das heißt also, wie gesagt, unter 1000 Abonnenten, bitte diese bewerben. Und dann macht ihr einfach ein Hashtag-Kanal, Kanal-Empfehlung, das fiel mir das Wort schon selber nicht ein, weil mich gerade der Zug wieder gestört hat, ist vor noch ein Zug vorbei, mein Gott, obwohl ich gar keinen Zug vertragen kann. Ja, und dann freue ich mich auf eure, ja, auf eure Beiträge, ja, ihr könnt mich vielleicht auch noch drauf verlinken, dann sehe ich das auch, was ihr so fabriziert habt. Und, ja, würde mich freuen auf eure Resultate. Und wie ich gesagt habe, ihr müsst auch immer am Schluss des Videos immer noch zwei Leute nominieren, die bei dieser Challenge mitmachen sollen. So, jetzt habe ich überlegt bei mir, wer könnte bei mir mitmachen, wer ist denn so ambitioniert und möchte gerne bei so einer Challenge mitmachen. Dann nominiere ich als erstens mal der City. Ja, der City, den kennen wir ja, er macht ja auch Reviews, meistens von den Masters of the Universe oder auch Mask, jetzt wird es windig, hat zur Zeit auch über 600 Abonnenten, also der City könnte auch noch was gebrauchen an Abonnenten, hätte er auch voll verdient, also den City nominiere ich, also City, überleg dich schon mal, welchen YouTuber du gerne schaust. Und als zweites nehme ich den Iktrasil, ja, also Iggy the Toy Collector, so heißt sein Kanal, ja, der hat auf alle Fälle auch wesentlich mehr Abos verdient, als er zur Zeit hat, weil er macht das nämlich auch mit einer wundervollen Hingabe, schaue ich auch sehr, sehr gerne an. Also euch beiden werde ich nominieren, ich hoffe, ihr nehmt die Challenge an, würde mich freuen und dann beschließe ich dieses heutige BUMO-TV-Spezial zur Kanalempfehlung. Ja, das genießt mal die schöne Sonne, wie gesagt, der Frühling, der liegt wirklich in der Nase drin schon, ja, man merkt schon, es ist von Tag zu Tag wärmer, jetzt gerade aktuell zwar nicht so, aber die Sonne ist ja wenigstens da, und dann gehe ich jetzt auf alle Fälle mir schon mal ein Brot kaufen, weil es war ja früh dunkel oder auch nicht, man weiß es nicht. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt weiterhin sammelwütig. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020